Auf nach Luxor! Brauch ich nicht, ich hab voll... Einfach dummes Geballern, Retro-Style noch! Das ist doch geil! Einfach dummes Geballern ist doch immer geil! Gut, da oben sind Dinge drauf, aber da komm ich nicht rauf! Nö! Na los, komm! Pass hier! Was passieren soll! Was? 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 Ich bin zu schnell mit dem Töten! Hm... Don't be suspicious! Don't be suspicious! Don't be suspicious! Okay! Jetzt komm ich hier durch! Hä? Du tötest! Oiboi! 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 Du tötest! Du tötest! Uuuuh! Auf jeden Fall viel Spaß dabei dann! Oh Gott, sag, Alter! Du klingst extrem riesig! Du tötest! So, really good. Hi, Sabila. Hallöchen. So. Oh! Oh! Hä? Nee, jetzt ernsthaft, von wo wurde ich denn beschossen? Von wo wurde ich eben beschossen? Nee, sorry, aber bevor ich das mache, gehe ich lieber noch auf der anderen Seite lang, oder? Ich meine, ich will nichts verpassen. Ich weiß nicht, ob ich einen Rundlauf habe. Ich glaube, ich weiß, was ich zu tun habe. Ich muss da so oder so lang für die Story. Für Fortschritt. Ich muss da lang. Dann gehe ich wahrscheinlich hoch und dann komme ich da wieder raus, wo ich eben war, wo die Plattformen sind. Weil da komme ich so ja nicht lang. Ich denke mal, das muss ich hier machen. Okay. Let's go. Ich weiß nicht, ob wir das zusammen empfinden müssen. Ich weiß nicht, ob wir das zusammen empfinden müssen. Also, ich weiß nicht, ob wir das zusammen sind. Keine Ahnung. Wie wäre das? okay dann bleib halt in der wand stecken okay 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 Hier. Hier kann ich. Oh, jetzt bist du runtergefallen, du Kackding. Wie dumm du bist. Ah, jetzt kommst du, okay. Vielleicht auch nicht. Gut, also ich kann sagen, die KI ist definitiv alt. Oh, jetzt. Denn sonst hätte sie den Weg die Treppe hochgefunden. Okay. Meins. Feder der Wahrheit. Da komme ich doch jetzt bestimmt raus. Huch, jetzt wäre ich fast runtergefallen. Und weiter. Und zwar wieder über den Innenhof. Okay. Safe. Woohoo! Okay. Nächste Seite. Ah, ich hätte auch da durchgekonnt. Na, ist egal. Ja, das sieht jetzt ein kleines bisschen anders aus. Okay. Nichts. Sieht alles so nah an der Falle aus. Ja, aber da war doch jetzt nichts drin. Soll mich jetzt bestimmt nur in die Irre führen. Okay. 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 Habe ich gerade Atem benutzt? Ich weiß es jetzt nicht. Nein. Habe ich nicht. Okay. Das hat mir einen kleinen Moment ganz kurz Angst gemacht. Okay. Okay. Okay, das ist so. Das ist doch sowas von prädestiniert für Jump'n'Run. Kacke. Wir kommen hier rein. Nein. Dafür muss ich wahrscheinlich erst... Oh! Okay. Auf geht's. Ratatata. Da. Da dachte ich mir schon, dass das offen ist. Das ist trotzdem noch rausfinden, was ich jetzt gemacht habe. Das ist offen. Es ist offen. kugeln meine kugeln oh fall doch nicht runter du kackding wie dumm du bist du sollst mir hinterher und nicht da runterfallen ich kann hier rein also gehe ich hier erst rein wir sehen uns niemals wieder aber warte mal ich komme doch da noch hoch da muss ich zuerst hin gut das war das ding unten weil ich das nämlich einsammeln muss oder ist noch mal so ein goldenes dings tür nicht verschlossen ja und hier muss ich hin die 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 Ich war drauf vorbereitet, ich hab mich trotzdem erschrocken. Ich hab mich gar nicht erschrocken. Ich hab gar nicht damit gerechnet. Doch eigentlich schon. Eigentlich ja schon. Der war unsichtbar. Wir kommen zurück, Angel. Ja gut, hier war ich ja schon, ne? Ne, hier war ich noch nicht. Ach, keine Ahnung. Geht auch? Was willst du tun? Da drüben gerne noch reingehen. Da drüben nicht reingehen. Okay. Dann nicht. Ich muss den Schlüssel suchen. Ich bin sicher, dass er in der Nähe ist und du ihn schnell findest. Ich glaube, wir sind ganz nah am Raum des steigenden Obelisken. Ich bin sehr gespannt, was wir dort finden. Ja gut, jetzt muss ich aber erstmal den... ... diese Tür zu öffnen. So, ja gut, die hab ich geöffnet, ne? Anni! Zum Abschied euch allen noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal kleiner als drei. Schön, dass du da warst und dankeschön für die 50 Bits. Vielen, vielen Dank. Und ich wünsch dir auch noch einen wunderschönen Abend. Schön, dass du da warst und bis zum nächsten Mal. Ja, aber... Wie geht's denn noch weiter, ne? Ah, ah! 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 Okay, daaaat! Da lieber nicht rein. Okay. Was haben wir jetzt? Bossfight. Das sieht doch fast aus wie ein Serious Sam Bossfight. Habe ich ein Auge auf dich? Eine ganz andere Bedeutung. Oh, okay. Jetzt weiß ich, warum er der steigende Obelisk... Basilisk? Obelisk. Ne, das sind Obelisken. Basilisken sind die Schlangen. Harry Potter, Teil 2. Ich habe schlechten Empfangen. Aber schöner Himmel. Und da geht es um Barris zusammen. Woo! Das sah schön aus, ja, muss ich auch sagen. Hi, Raupe, Hallöchen, mir geht's super, wie geht es dir? Hallo? Passiert hier auch noch irgendwas? Gut, dann kamen halt zwei Monster und mehr nicht. Nee, mehr brauche ich nicht. Ja, das ist safe, wieder in der Arena. Das geht ja sogar. Ah, voll in die Fresse. Hallo? Hätte ich hier überhaupt schon hingesollt? Hätte ich irgendwas übersehen? Stopp, oder so? Was soll ich machen? Bin ich hier überhaupt richtig? Ah, da ist es. Okay. Puh, dann wünsche ich dir viel Spaß damit. Ja, einen brauche ich doch bestimmt noch. Ja, aber hier habe ich eigentlich schon geguckt, ne? Reicht es schon? Reicht es schon? Reicht es schon? Ja. Wir werden hier vier goldenen Args einsammeln und sie auf die vier einzelnen Altäre legen. Ah, okay, also muss ich einsammeln, ablegen, einsammeln, ablegen. Okay. Mach ich sofort. Okay, warte. Muss jetzt ja den nächsten Arng finden. Hier. Stürb jetzt! Das war jetzt ein bisschen verschwendet. I'm sorry. Aber meine Rüstung sieht wieder ein bisschen besser aus. Wir gehen hier erst einmal ganz schnell gucken. Hier scheint es nicht zu sein. Ich hab's aber auch gesehen. Da war irgendwo ein... ...fearskelett noch. Ja, ist es. Das war's. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 haben wir, andere Seite haben wir, andere Seite Oh, hi, Klausi, Hallöchen, das wünsche ich dir auch, Dankeschön Ach nee, hab ich ja noch nicht gefunden, ne Oh, guck mal, da ist doch noch einer Da ist er Ja, ich muss jetzt noch die letzten Angst suchen Ist er hier? Nö Scheint auf der anderen Seite zu sein Da ist er Hi, Häschen, Hallöchen So, nochmal Hier 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 Ne Ah Soll's gewesen sein Guck mal, da ist noch eine Tür Da wäre eine Tür gewesen Hätte ich vielleicht nicht so weit laufen dürfen Wäre ich da noch in die Tür gekommen Who knows Und da ist noch eine Tür Und da ist noch eine Tür